Was ist das?! Wie soll ich den denn so kriegen?! Spiel! Ich hab'n 20er Ping! Spring doch nicht raus, du! Nein, nein, nein! Och, Mann! Hab' ihn repariert. Verstört. Wie soll man so kämpfen, wenn der weglegt? Ich glaub, da kommen welche. Ja. Hab' ich bitte, bitte noch geworfen, bitte noch geworfen! Yes! Double Kill! Nice. Ja, ich hab'n Flugzeug! Lol, ich hab'n Bug, glaub' ich. Komm, bitte. Oh Mann, ich dachte, ich kann jetzt als Elite-Klasse das Boarden. Schön. Nicht auf Fliegen konzentrieren, sondern kann halt auf dem Ziel. Ich kann halt auch. Wenn deine Anti-Air ist. Lol! Du bist unter Beschuss. Ich brauch echt nen neuen Radiosinn. Lol, die Taschenlampe! Der hat mich nicht gesehen, der hat mich nicht gesehen. Danke fürs... Hallo, mein Freund. Kannst du auch nen Uhrzeit schon? Mann! Nein! Ich bin ein... Ich bin ein Voll-Depp! Wieso fliegt die alle so langsam? Wir kriegen die das... Oh, wow! Anti-Air? Flugzeug... Lol! Ich hab' ihn überfahren! Lol! Hier, nur Kamikate-Zeug. Bei mir kann einer hinten rein gehen. Oh! Dürre! 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 Äh... Lennart? Klar. Ich wurde gemässert. Oh, danke! Sorry, was hast du kaputt gemacht? Nö, man... Alter! Dürre! Da bin ich nicht ganz äußerst umzugefügel mit meiner Spieleistung. Wieso bleib ich einfach immer in dem Flügel des Bombas hängen? Hä?! Wieso bin ich jetzt hier anbelebt worden? LOL! dann was für jemand ist also ich dachte dass wir selbst erklären vor jetzt aber Bombe ja doppelte noch mal ist